Es wird viel über hohe Energiepreise gesprochen und bestimmte Zweige der Wirtschaft haben ja einen relativ hohen Energiebedarf, die sogenannten energieintensiven Branchen. Und in diesem Beitrag wollte ich mal schauen, sehe ich irgendwelche Korrelationen zwischen der Produktivität, insbesondere energieintensiver Institutionen oder Unternehmen und eben dem Strombedarf. Drückt sich das schon auf den Strombedarf durch? Wie gesagt, es wird sich hauptsächlich um Korrelationen handeln und ich habe es mit dem Titel sogenannten D-Growth, also Wachstumsverluste oder Wachstumsabfall oder besser gesagt Schrumpfung, ist die Schrumpfung umgekehrt proportional zum Strombedarf. Also je mehr Schrumpfung, desto weniger Strombedarf kann man das so einfach sehen. Ich wollte den Begriff in jedem Fall mal reinbringen, weil er ja oft benutzt wird. Und ja auch tatsächlich eine Idee ist, mit D-Growth kann ich Probleme lösen, zum Beispiel die CO2-Emissionsproblematik. Dazu habe ich mir angeschaut, sieht man tatsächlich einen Rückgang des Strombedarfs in Deutschland. Nächster Schritt finde ich auch einen Rückgang der Industrieproduktion. Finde ich dazu irgendwelche Daten? Und die Daten habe ich gefunden, die Energiedaten, insbesondere hier Strom, habe ich natürlich wieder bei den Energycharts gefunden. Man könnte auch smart.de nehmen, smart mit D. Die Daten habe ich für 2015 auf 100% gesetzt, um sozusagen von Energieeinheiten wegzukommen und die vergleichbar zu machen, diese Daten, mit eben den Daten von dem Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, die diese Produktivitätsdaten für Industrieproduktion haben. Und die haben die eben einfach vorliegen gehabt oder geben die weiter. 2015 ist gleich 100% gesetzt. Die Zeitauflösung ist für beide Daten monatsweise verfügbar oder in Monatsgranularität verfügbar. Die Monate habe ich für die Energiedaten farbkodiert, denn wir wissen alle, je nach Tiefe des Winters haben wir natürlich stark abhängige Strombedürfnisse, während die Sommerdaten etwas weniger stark von Witterung abhängen dürften. Damit kann man eben über diese gesamte Dekade oder diese Fastdekade 2015, Anfang bis Ende 2024, wie gesagt, ist nicht alles verfügbar, uns anschauen. Und wir können dann auch Schlüsse ziehen, eben, wie sieht es aus mit den blauen Monaten, das sind die Wintermonate, zappeln die mehr. Und da sieht man, okay, die gehen hier richtig hoch, dann gehen sie wieder ein bisschen weiter runter, hier wieder ein Stück runter, dann wieder hoch. Die Sommermonate, da sehe ich, dass die tatsächlich relativ stabil sind, in Gelb-Orangetönen, Grünlich, Gelb-Grünlich ist auch noch, das müsste der Mai sein, Juni, Mai. Die sind auch noch sommerlich, die sind relativ stabil bis 2020. Ich glaube, wir wissen alle, was hier im Frühjahr 2020 über die Welt hineingebrochen ist, eben die Pandemie. Und im Sommer hat man sich schon wieder ein bisschen gefangen gehabt, das heißt, der Energiebedarf ist wieder hochgegangen. Aber es ist natürlich klar, wenn alle Betriebe schließen und die Produktivität auf Maschinen zurückgenommen wird, das Ganze ins Homeoffice verlagert wird, wenn überhaupt, dann geht natürlich der Gesamtenergiebedarf ein Stück weit zurück. Die Erholung fand in 2021 statt. 2022, 2023 geht es tatsächlich, ich sage es mal so, 2022 Mitte, 2023 Mitte geht die Produktivität natürlich auch wieder relativ stark zurück, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und damit eben auf den Rohstoffmärkten auch durch Sanktionsbeschlüsse eben einige Verwerfungen entstanden sind und damit Energiepreise natürlich hochgegangen sind. Man sieht es an den Strompreisen, dass die in den Jahren sehr stark gestiegen sind. Und wir sehen das tatsächlich auch für den April diesen Jahres, den habe ich künstlich auf die 30 Tage hochgerechnet, also aktueller Bedarf für den 21. durch 21 dividiert mit 30 multipliziert und dann sehen Sie tatsächlich, dass man da auch auf das Vorjahresniveau kommt, also keine Erholung sieht im Strombedarf. Ja, das ist jetzt sozusagen die Gesamtsituation für den Strombedarf über diese, ja, 9,25 Jahre, 9,3 Jahre. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, diese Produktivität, die ich Ihnen ja auch schon kurz vorgestellt habe, auch wieder auf 100% gesetzt für den, na, ich zeige es mal so, dass ein bisschen die Hand im Hellen ist, für 2015. Zunächst hohe Stabilität bis 2017, dann geht die Produktivität sogar ein bisschen hoch, aber wir erkennen auch zwischen 2017 und 2020, dass die Hellblaue oder der Hellblaue und der Pinkfarbene Graf deutlich auseinander gehen. Hellblau sind die produzierenden Gewerbe andere, in diesem Rotton produzierendes Gewerbe energieintensiv. Das heißt, die Energieintensiven gehen in ihrer Produktivität zurück. Entweder haben die wahnsinnig viel Effizienz gemacht, sicherlich auch ein Teil, aber sie haben auch vielleicht Produktion schon ab da ins Ausland verlagert. Und das hat etwas damit zu tun, dass in diesen Jahren, 2017, 18, 19, die CO2-Emissionen durch diesen Zertifikatehandel deutlich stärker belastet wurden. Und das führt natürlich zu einer Veränderung der Kostenstruktur, sodass man halt energieintensiv eben entweder effizienter macht oder woanders oder gar nicht mehr. Hier sehen wir auch tatsächlich in der Produktivität diesen Dip, dieses Heruntersinken für die energieintensiven, aber noch viel stärker für die anderen produzierenden Gewerbe. Und das erkläre ich mir so, dass sie bei einer Schließung von Betrieben viele Produktionsanlagen schließen. Gut, Licht und Heizung brauchen die Leute auch zu Hause. Aber die Produktionsanlagen wurden stillgelegt, da, wo es relativ gut ging. Und damit hat man hier einen sehr starken Einbruch der Produktivität in diesem produzierenden Gewerbe, hat dann nur noch Notbetrieb gefahren. Die energieintensiven sind zwar auch stark gesunken, aber es gibt viele Prozesse, die können sie nicht einfach runtersetzen. Zum Beispiel Schmelze von Halbleiter Rohmaterialien, das geht über Induktionsöfen, das läuft elektrisch. Und dann wollen sie das sicherlich nicht runterfahren, den Ofen erkalten lassen und haben dann irgendwelchen Klumpen da drin, den sie nicht mehr rausbekommen. Der Ofen ist hinüber. Das heißt, bestimmte Prozesse im energieintensiven Bereich, wo sie auf gleichem Temperaturniveau bleiben müssen, zum Anlagenerhalt, auch vielleicht Aluminium, Elektrolyse, Stahlproduktion, da können sie nicht einfach so alles auf Null setzen. Das hat also hier nicht so massiv unter Corona, in Anführungsstrichen, gelitten bezüglich der Produktivität. Sie sehen 2021 eine Normalisierung. Die Maßnahmen, die hier eingeführt wurden, wurden zurückgenommen, beziehungsweise man hatte andere Möglichkeiten, eben vielleicht im Schichtwechselbetrieb damit umzugehen, Teilautomatisierung, was auch immer da passiert ist. Es ist einiges passiert. Sie sehen aber, ab 2022, Anfang 2022, mit dem Termin des Einmarschs Russland in die Ukraine, gehen die Graphen für die nicht energieintensiven und für die energieintensiven deutlich auseinander. Das ist hier sichtbar. Und wir schauen uns jetzt, das ist ja immer wichtig, wenn ich Korrelationen betrachten möchte, auch mal an, wie liegt dieses Datenmuster zusammen mit dem Datenmuster für die Energieverbräuche oder den Strombedarf, speziell Strombedarf in Deutschland. Und wir kennen, dass es hier relativ ähnlich läuft, aber das, also jetzt für das produzierende Gewerbe andere, die nicht energieintensiven, dass aber hier der Strombedarf durchaus relativ runter geht. Man muss sich klar meinen, das sind hier 5 Prozent, nochmal 3, 4 Prozent. Das sind dramatische Änderungen, wenn man sieht, dass man hier vielleicht Schwankungen von 1, 2 Prozent hat. Jetzt schauen wir uns das Ganze an für die energieintensiven, die jetzt eingeblendet werden. Und dann erkennt man, dass die tatsächlich in der Produktivität von 2022 auf 2023 um circa 20 Prozent, na, doch um circa 20 Prozent runtergegangen sind. Aber auch der Strombedarf hier in dem Zeitraum durchaus um 5 Prozent, 6 Prozent, 7 Prozent runtergegangen ist. Das erklärt sich daraus, dass natürlich die energieintensive Industrie nicht die einzigen sind, die letztendlich Strombedarf haben, sondern das ist ein Teil von vielleicht 20, 30 Prozent der Industrie, die auf die Hälfte runtergegangen sind, könnte zum Beispiel sein, im Energiebedarf die Produktivität anders aufrechterhalten haben. Aber das sorgt dafür, dass dann einfach im Energiebedarf einiges runtergeht. In den Haushalten kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel Energiebedarf runtergegangen ist, weil viele tatsächlich so weit sind, dass sie gar nicht mehr sparen können. Also bei mir ist es so weit, überhaupt kein Problem für mich. Ich bin halt ganz unten, also energiebedarfstechnisch hoffentlich nur. Und da ist nicht mehr viel zu machen, aber vielen geht es genauso, die vielleicht auch einfach andere Sachen haben, eine ineffizientere Geschichte für Heizung, Beleuchtung, Warmwasser mit Strom. Leute, die eine Wärmepumpe haben, haben dann teilweise auch tatsächlich die Energiemengen, die sie benötigen, die sie gar nicht so ohne weiteres runtersetzen können. Und das ist dann auch letztendlich das Diagramm, wo beide Entwicklungen gemeinsam dargestellt sind. So, heute ist der Tag des Hände untenlassens, damit ich nicht hier die schönen bunten Kleckse so voll mache. Und nochmal abschließend, aus meiner Sicht kann man ganz klar Korrelationen erkennen zwischen eben den als Punkt dargestellten Energiebedürfnissen, Strombedürfnissen, die unsere Struktur oder unser Land hat und der wirtschaftlichen Produktivität, insbesondere eben produzierendes Gewerbe. Und man sieht, dass auch die entsprechend Energieintensiven, hier dargestellt, eben deutlich stärker mit dem sinkenden Strombedarf korreliert sind, was man gerade im Sommer relativ gut sieht, wo eben die Wintervariationsgeschichten wegfallen. Kausalität ist ja bekanntlich was anderes. Was hier wirklich passiert, müssten dann Leute, die die Daten vorliegen haben, in feinerer Granularität entscheiden können. Ein weiterer Punkt, den ich hier sehe, ist tatsächlich, dass natürlich auch viele Entwicklungen gebucht sind. Das heißt, diese Geschichte hier, das ist tatsächlich akut. Wir werden Ausweichbewegungen sehen, das heißt Effizienz, man geht in andere Branchen, man ändert Prozesse, ganz klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch strukturell bezüglich der hohen Energiepreise, die wir hatten und der vielleicht auch in gewisser Weise unsicheren, unklaren Lage bezüglich der Preisentwicklung da noch einiges auf uns zukommt, was sich dann über die nächsten Monate, Jahre sozusagen nach unten durchfrisst, bis man das halt dann wirklich merkt, dass Stellen verloren gehen. Ich hoffe, dass ich da falsch liege, dass sich dann noch einiges tut, vielleicht auch an den Energiepreisen oder das Dogmen bezüglich der Energieversorgung von allen Parteien, ich meine jetzt nicht politische Parteien, eben mal überdacht werden und man dann hoffentlich zusammenkommt und eine Energieversorgung aufbaut, die die Wirtschaft tatsächlich langfristig unterstützt. Aber auch uns Bürgerinnen und Bürgern ganz unten hilft, eben klare Wege zu finden, ohne Zwang für die eine oder andere Entscheidung. Dankeschön, das war's. scalp Das ist das